Hallo und herzlich willkommen zurück bei Delicious, Emily's Miracle of Life. Und zuerst habe ich etwas in eigener Sache, denn ich habe gesehen, in dem Spiel kann man natürlich wieder Erfolge freischalten. Und ein Erfolg davon lautet, habe fünf Freunde, die auch dieses Spiel spielen. Ich gehe natürlich davon aus, dass sich das auf Steam bezieht. Also, wenn ihr Steam habt, wenn ihr das Spiel habt, wenn ihr auch den Erfolg wollt, dann könnt ihr mich auf jeden Fall gerne auf Steam als Freund enden. Den Link findet ihr auf meinem Kanal. Und ja, weil ich hätte den Erfolg natürlich schon ganz gern. Das Spiel ist zwar super neu, ich gehe davon aus, dass noch ein paar von meinen Freunden, die ich schon habe, nachrücken werden und sich das Spiel holen werden. Aber sicher ist sicher. Also, ja, wenn ihr den Erfolg halt auch haben wollt, ihr könnt mich gerne adden, da freue ich mich. Apropos Erfolge, da können wir gerade mal schauen. Da hatten wir Lächeln. Die besten Dinge im Leben geschehen unverhofft. Das ist ja auch süß hier, ne? Kann man das hier gerade sehen? Gewonnen hat, wahre Hingabe. Muss ich doch mal gucken. Herausforderungen. Aha, aha, okay, ich sehe es gerade nicht. Ach, hier, habe fünf Freunde, die das Spiel spielen. Genau, da ist es. Und den hätte ich natürlich schon ganz gerne. Nicht wahr, nicht wahr? Wisst ihr Bescheid? Freue ich mich, wenn ihr mir eine Freundschaftsanfrage schickt. So, Level 9. Essen mit Ankündigung. Es ist der perfekte Moment, um die Neuigkeiten mit der Familie zu teilen, aber es gibt noch so viel Arbeit. Gib Patrick, worum er bittet. Oh wei. Da kommt der jetzt auch noch dazwischen. Oje. Oje, oje, oje. So, ja. Die Preiselbeerpfannekuchen. Kann ich irgendwas kaufen? Oh, ich kann was kaufen. Dann nehme ich jetzt mal Le Carole, die Maus. Dann bleibt er ein bisschen länger. Dann habe ich Hoffnung, dass ich ihn finde. Grauer Opi. Danke. Grauer Opi. Das Vögelchen hat gar keine Familie, die sich um ihn kümmern kann. Also, er war allein, aber jetzt hat er ja uns. Und wir kümmern uns um ihn, solange er noch krank ist. Und, äh, grauer Opi? Wer kümmert sich denn um dich, wenn du krank wirst? Was meinst du, Schätzchen? Ich meine, Mama kümmert sich um Papa, Oma um Opa. Oh, also deine Urgroßmutter ist jetzt schon lange im Himmel, aber von dort aus passt sie auf mich auf. Und außerdem werden wir eines Tages wieder vereint sein. Und dann werden wir uns umeinander kümmern. Das verstehe ich nicht. Ich werde dir das später erklären. Jetzt müssen wir erst einmal zusehen, dass du wieder auf das Fahrrad kommst. Wir überraschen deine Mama und zeigen ihr, dass du schon wie ein großes Mädchen Fahrrad fahren kannst, okay? Hm. Hm, 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 ihr Lieben. Genau, Patrick. Hm. Hey, Liebes, kann ich dir irgendwie helfen? Gerne, danke. Du kannst dir den Tisch decken. Kein Problem, ich werde die Teller holen. Also dieses Gespräch zwischen Vito und der kleinen Page macht mir ein bisschen Sorge um Vito. Die führen doch nicht solche Gespräche, wenn da nicht noch irgendwas nachkommt, oder? Ich hoffe, der wird nicht krank oder so. Oh, hier, die Preiselbeeren, äh, Donut und hier oben von der Platte, bitte schön. Und dann gleich mal auffüllen. Äh, warte, warte Patrick, Patrick, geh nicht weg. Ich, ich, ich komme, ich, ich, ich komme, ich komme dich zu retten. So, das ist dann für euch. Das ist dann für euch. Du möchtest die Eier, alles klar. Ja, mach doch noch einen Salto-Überschlag, hör mal. Mit dem Teig hier. So, da wird aufgebaut. Da ist die Maru, sehr schön. Ja, Vito, ich meine, der wird ja auch nicht jünger, ne? Na ja, schauen wir mal. Äh, so, nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Und den, äh, Zitronenkuchen für dich. So, bitte schön. Dann schmeißen wir das an, holen da oben. Ja, ha, ich komme doch. Warte doch. Bitte, Patrick, werd nicht nervös. Jetzt habe ich hier was vergessen. Ah, Hilfe. Was habe ich denn jetzt hier um Gottes Willen alles aus meinem Tablett? Ich habe hier irgendwie, ja. Ich habe die Kontrolle kurzzeitig verloren, aber nun gut. So, das ist für euch. Du möchtest Teig. Ja, ich habe da unten, Gott, die Schokolade vergessen. Ach Gott, ey. Äh, 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 warum? So, jetzt, aber da wird aufgeräumt. Oh, oh. Hoffentlich kostet mich das, äh, Chaos jetzt hier gerade nicht einen Stern. So, das wollt ihr, das wollt ihr, das und das und ein Donut. So, jetzt aber die Schokolade nicht vergessen. Du willst das mit den Tomaten, ja, und ein Donut. Wieso habe ich denn dauernd eigentlich von der Platte da oben was drauf auf meinem Tablett? Wie kommt das? Ich habe das hier nicht unter Kontrolle, offensichtlich. Ja, Kuchen anschneiden ist ja in Ordnung. Mann, hier, mach doch gleich mal mehr, Emily. So, das und das und ein Schaschlik. Da wird aufgeräumt. Und Patrick kommt gar nicht mehr. Hab ich den eingeschüchtert? Nein, da ist er. So, der möchte ein Stück Kuchen, okay. Und ihr wollt hier unten das und ein Schaschlik. Ach, hör doch auf, jetzt gleich schon das Herz zu verlieren. So, bitteschön, das ist für euch. Alles Klärchen. So, hier muss ich mal nachfüllen gerade. Also hier unten die Auberginen, die bringt mich irgendwie durcheinander. Ich weiß nur nicht genau warum. So, warte mal, das nehme ich mit. So, dann bringe ich das zu euch. Dann mache ich das. Ja, ich hole dir deine Eier. Warte halt ab, Mensch. So, dann hole ich das für dich. Boah, sie verzieht gleich die Schnute, ne? So, das ist für Patrick. Hier wird kassiert, da wird aufgeräumt. So, das und das. Ein Kochbuch. Oh Gott, und der Guren, der ganz hier oben in der Ecke steht. Hätte ich auch gleich noch einen mitnehmen können. So, das ist für dich. Das brauche ich, das brauche ich für dich. Alles klar, da wird aufgeräumt. Was läuft gerade nicht ganz so flüssig hier? Ich glaube, meine Tastatur steht mir auch im Weg. Jaja, jetzt kommen die Ausreden, ne? Die Ausreden, warum hier was nicht klappt. So, bitteschön. Du möchtest mit Tomate und das, bitteschön. Da oben einen Schaschlik in die Pfanne. Dann gehe ich kurz kassieren. Hole den Schaschlik für Patrick. Du möchtest Teig. Oh Gott, Patrick ist fertig. Das ist schön. So, von der Platte. Den Donut für dich, bitteschön. Und einen Zitronenkuchen. Ich sehe manchmal meine Maus gar nicht, ne? So, Evelyn, geh mal da ausräumen. Ei, ei, ei. So, wir haben noch ein bisschen geöffnet. Ich hoffe, wir kriegen den Stern da unten noch. Das wollt ihr. Zwei Kochbücher und von der Platte. Okay, boah, da kommt noch der riesen Vierertisch jetzt. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Ja, ich fülle mal lieber Kuchen auf. Ich trau denen da nicht. Das könnte übrigens auch Quiche sein, ne? Finde ich. Sieht so ein bisschen aus wie... Ja, sieht ein bisschen aus wie Quiche. Irgendwie Lauchquiche oder Möhrenquiche oder... Tatsächlich. Es ist eine Quiche. Alles klar. Nein, das habe ich nicht gewusst. Das habe ich jetzt geraten. Okay. Ach, so eine Quiche hätte ich auch mal Bock. Mh, lecker. Lecker, 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 kann ich da nur sagen. Aber den dritten Stern haben wir. Das ist schön. So, und du bist auch entlassen. Dankeschön. Sehr schön. Haben wir es geschafft. Okay. Trotz, dass es etwas chaotisch war. Maus haben wir auch gefunden. Und Paige freut sich. Das ist die Hauptsache. Hallo zusammen. Emily und ich möchten euch etwas sagen. Ich bin schwanger. Was? Oh, das sind ja wunderbare Neuigkeiten. Mein errechneter Entbindungstermin liegt zwei Wochen nach Muttertag. Ich habe es gewusst. Ein Trinkspruch. Vito, du bist der Familienälteste. Sag du etwas. Mein Herz ist gefüllt mit so viel. Oh, oh. Oh, 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 oh. Lass mich. Mein Herz ist gefüllt mit so viel. Oh, nein. Nein, nein, nein. Patrick, ruf einen Krankenwagen. Nein, 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 nein. Ach man, ich wusste es. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes, ihr Lieben. Manu. Will ich nicht. Mag wie du gerne. Mäusewahnsinn. Mäusewahnsinn. Woher kommen nur all diese Mäuse? Jage 20. Oh Gott. Jage 20 Mäuse. Naja. Klingt einfach, aber man kennt das ja mit der Maus. So, da ist unsere Tomatenpestoquiche. Wunderbar. Kaufen. 325. Wir nehmen die Kochmütze mit und dann haben wir alles gekauft hier. Glaube ich, ne? Oder habe ich gerade was übersehen? Muss ich nochmal gucken. Muss ich nochmal gucken. So, fangen alle Mäuse an. Ja, ich höre sie schon. Da ist eine. Alter, das kann echt jetzt super hart werden hier. Achso, ne. Das war keine Maus. Okay. Jaja, jetzt nur nicht nervös werden hier. Da war die Maus. Das darüber. Wo war das jetzt? Achso, das war hier das Neue. Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, das ist eine Maus. Du möchtest die Eier? Edward, du kannst mal hier irgendwie hingehen. Nein, ich habe es versaut. Weil ich Edward dahin geschickt habe. Nein. Ich habe es versaut. So, ihr wollt das und Schoko. Boah, sind hier viele Leute gerade. Das ist doch übel. So, das, das und das. Und ein Schallschläger. Da wird aufgeräumt. Da wird aufgeräumt. Ich höre. Ja, ich höre die Maus, aber... Ach, da unten war sie. Ja. Ich habe gerade in die komplett andere Richtung geschaut. Richtig natürlich doof. Oh, dieses Mäuse suchen und oder Hamster suchen. Das macht mich total nervös. So, da ist die Maus. Eins, zwei, drei. Und ein Schaschlik. So, hab dich. Boah, das macht mich nervös. Dann hört man das Quietschen. Und, ähm, ja. Schrecklich. Jetzt höre ich es doch schon wieder quietschen. Aber ich kann gerade... Ja, ich sehe sie auch. Alles klar. Ach, nein. Warum renne ich jetzt zu ihr? Ich habe doch ihre Bestellung noch gar nicht. Ja. So, Teig für dich. So, da ist die Maus. Oh, Alter. Das war jetzt aber irgendwie grenzwertig mit dem Klicken. Oh, Mann, ey. So, hier wird aufgeräumt. Wo ist das? Die Maus. Kopf über. Eins, zwei, drei. Hier vorn und ein Donut. Okay. Alles klar. Fangen wir das auch. Na, Maus? Ja, dankeschön. Das ist nett, dass du jetzt rauskommst, wo ich gerade mal nichts zu tun habe. Ähm, so. Einmal, äh, Quiche. Ja, ja. Und das, das, das und das. Da ist die Maus. Das ist für dich. Kochbuch. Das ist für dich. Hier wird aufgeräumt. Wow. So, kassieren. Okay. Also, ich glaube, wir liegen ganz gut mit den Mäusen. Das ist für dich. Da ist sie. Okay. Ich bin dankbar, wenn sie nicht ganz so schlimm versteckt ist. Ähm, oh, warte mal. Ihr wollt das und das. Dann wollt ihr die Platte. Ihr wollt ein Schaschlik. Da ist die Maus. Ihr wollt Schokolade. Ja, ja, ja. Ähm, Schaschlik. Schokolade zu euch. Eier hier rüber. Habe ich jetzt die... Ja, jetzt höre ich sie wieder und kann gerade nicht gucken. Äh, Mann, wo ist die Maus? Maus, Maus, bist du noch da? Ich habe keine Ahnung. So, das ist für dich. Da wird aufgeräumt. Ach, da ist die Maus. Okay. Ich hoffe, die Maus kommt öfter als 20 Mal. Das wäre ja sonst echt gemein, ne? So, ein Kochbuch. Da ist die Maus. Sehr schön. Und ein Donut hier für dich. Bitte schön. Äh, Edward, warst du schon bei denen? Keine Ahnung. Geh nochmal hin. Geh halt einfach nochmal hin. Ich höre die dauernd, aber jetzt sehe ich sie gerade gar nicht. Ach, Mann, aber auch. Ähm, so. Pfannekuchen. Schokolade, da wird aufgeräumt. Sie steht da schön an. Die Maus hier oben verwirrt mich total, die da sitzt, ne? Ganz ehrlich. Da haben wir dich. Okay. Noch zweimal brauche ich die Maus. Oh, alter Schwede. Das war knapp. Einmal. So, und jetzt noch einmal die Maus. Das werden wir ja wohl hinkriegen hier. Lass mal aufführen gehen gerade. So, ja, da ist sie. Sehr schön. Das brauche ich. Einmal das. Einmal das. Euch. Dann einen Donut. Schokolade. Und Schöschlik. Alles klar. So, dann habe ich euch abkassiert. Sehr schön. Oh, Beeren-Sorbet. Ach, das ist ein Sorbet. Das ist gar kein Getränk. Also, kein richtiges Getränk halt. Ähm, so, das und das. Zwei Pfannekuchen für euch. Hier wird aufgeräumt. Dann brauche ich das. Noch eine Schokolade. Ja, du kannst warten. Einen Moment, bitte. So, dann kassiere ich euch nämlich zusammen. Das finde ich irgendwie sehr nett. Jawohl, da ist der dritte Stern. Oh, sehr schön. Okay, aber es war gut zu schaffen. Nicht so schlimm wie mit Oliver dem Hamster. So, Evelyn, du gehst da nochmal ausräumen, ganz in Ruhe. Und ich kassiere hier. Und dann haben wir das fertig. Schön. Hat gut geklappt. So, und Level 10 machen wir natürlich auch noch. Der Kreislauf des Lebens. Wie wird Vito auf Alisons niederschmetternde Neuigkeiten reagieren? Ach, nee, komm. Ey, bitte. Ach, nö. Ach, nö, ey. Ey, lasst hier bloß in dieser Delicious-Reihe keinen sterben, ne? Also, das fände ich jetzt irgendwie nicht gut. Im Laden? Ach so, kann ich gleich nochmal gucken, seht ihr? Alles, 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 alles. Sehr schön. Wir haben alles gekauft. Jawohl. Nee, echt. Lasst hier ja keinen sterben. Kreislauf des Lebens kann mich mal am Puppes knutschen. Echt? Möchte das nicht hier in diesem Spiel. Vito, ich habe die Testergebnisse. Es sieht leider nicht gut aus. So etwas hatte ich schon geeint. Es tut mir leid, Vito. Es bleibt leider nicht mehr so viel Zeit. Ich weiß. Ich bin 93 Jahre alt, Frau Doktor. Aber meine Enkelin kommt später doch noch zur Untersuchung vorbei, richtig? Erzählen Sie ihr bitte alles über ihr Baby. Ach nee, mir. Äh, mir. Ja, und ihr dann auch. Ist mir egal. Erzählen Sie es jedem. Wie geht es dir, Papa? Ich muss euch leider sagen, dass alles nur ein Fehlalarm war. Ach, Vito, das bringt doch nichts. Warum wartet ihr nicht am Eingang? Ich komme gleich nach. Ich komme gleich nach. Ach, Mensch, ey. Ich kann das ja verstehen. Aber trotzdem. Oh je. Das werde ich morgen früh spüren. Ja, du sollst ja nicht rumhampeln wie ein junges Reh. Ich kann es ja verstehen, dass er Ihnen das nicht sagt, was auch immer er jetzt für eine Trankheit hat. Ändern lässt es sich anscheinend sowieso nicht. Die regen sich nur auf und so. Oh ja, aber trotzdem. Ja, aber trotzdem. Sie hätten ja schon ein Recht, es zu wissen. Aber dann wird er auch wahrscheinlich nur behuddelt und betuddelt und gemacht und getan. Und das will er vermutlich auch nicht. Ach Mann. Das finde ich irgendwie nicht schön hier gerade. So, ihr wollt einen Pfannkuchen, ihr wollt das da oben, ihr wollt das. Und natürlich wollt ihr einen Schaschlik. Mann, aber auch. Was ist mit euch? Also, dass die immer hier das wollen, was am längsten dauert. Edward, geh mal da rüber, bitte. So, dann brauchen wir das. Ein, zwei, drei, hier fahren. Bitte verwöhnen. Und da muss mal jemand aufräumen, ganz dringend. Im Zweifelsfall der Evelyn. So, dann brauche ich das noch für dich. Da wird auch aufgeräumt. Edward, ich brauche dich mal hier drüben. Ja, ich muss auffüllen. Ich weiß es. So, dann nehme ich das mit. Und das nehme ich mit für dich, bitte schön. Warum ziehst du denn so ein Gesicht? Du bist doch gerade erst gekommen. Hör mal, das kann doch gar nicht sein. Ist ja nicht so, als hättest du hier eine Stunde gestanden. Ich kann ja gleich schon wieder auffüllen. Ein, zwei, drei, da führen wir auch mal auf. So, dann nehmen wir das mit und den Donut für dich. Edward geht mal hier rüber. Macht da mal gute Laune mit seinen Tricks. So, ihr wollt ein Kochbuch, ihr wollt das. Und zwei Pfannekuchen. Okay. So, das hole ich. Und die Limo da oben. Entscheidest du dich noch, junger Mann? Ja, tut er. Das ist schön. Kann sie jetzt vielleicht noch so lange... Da ist die Maus. So lange warten. Sie wird müssen. Alles klar. So, hier den Teig für dich. Da aufräumen, da aufräumen, Evelyn. Und hier kassieren. Sehr schön, Kombo. Das finde ich super. Sag mal, Evelyn, wie machst du denn sauber? Machst du Kniebeugen dabei? Den Popo rausstrecken? Oder was war das jetzt da? Das sah ja irgendwie merkwürdig aus. So, die Platte und den Donut. Alles klärchen? So, entscheidest du dich vielleicht mal? Ach komm, das braucht hier zu lange mit mir. Okay. Tschüssi. Ein Kochbuch und zwei Pfannebuchen. Da wird aufgeräumt. Kombo. Sehr schön. So, die Maus haben wir. Das ist super. Edward lächelt. Evelyn auch. Die Kundin lächelt auch noch. Fragt sich nur, wie lange. So. Alles klärchen. Das ist für dich. Bitte schön. Oh. Habe ich den Kuchen nicht angeklickt? Was habe ich mir denn dabei jetzt gedacht? Ich habe doch da eben drauf geklickt. Na, sowas aber auch. Oder habe ich da hinten auf den Kuchen geklickt? Kann natürlich auch sein. Das ist ja ein bisschen verwirrend manchmal. So, Edward. Du gehst mal nach da. Oh Gott. Äh, das, das, das. Das, das und das. Dann einmal das Komplettpaket und einen Donut. So, bitte schön. Zwei Pfannekuchen. Zwei Pfannekuchen. Oh Gott. Äh, ein Pfannekuchen. Eins, zwei, drei Pfannekuchen. Den Schaschlik abholen. Den Schaschlik-Spieß. Das Schaschlik oder den Schaschlik-Spieß. Er gibt den Schaschlik. So, nochmal das Komplettpaket und zwar mal da oben das. Hier wird aufgeräumt. Sehr schön. So, ich gehe mal auffüllen ganz kurz. So, kassieren. Ähm, so eine Schnecke. Und einen Donut für dich. Bitte schön. Äh, Edward, warst du hier schon? Ich weiß es gerade nicht. So, das und das. Das Getränk und zwei Pfannekuchen. Hier wird ausgeräumt. So, was möchtest du? Ei oder Teig? Er möchte Eier. Da kommt es vor. Alter. Also das Klicken meinerseits war gerade nur ein Zucken. Äh. Einmal kurz mit dem Zeigefinger gezuckt. Ähm, so. Jetzt waren wir von der Rolle. Okay. Zwei Pfannekuchen für euch. Ja, ja, ja. Das und das ist für dich. Und dann kannst du auch schon gehen. Und dann einmal das hier unten. Und einen Donut. Bitte schön. Okay. Dritter Stern ist da. Oh, ein Glück. Ich freue mich. Ähm, so. Was? Das? Das? Das und das und das und das. Und was noch? Da oben von der Quiche. Okay. Zwei Pfannekuchen und ein Kochbuch für dich. Bitte schön. Aufräumen hier unten. Ui, 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 ui. So, Evelyn, gleich einmal noch aufräumen. Und dann haben wir es geschafft. Na, werdet ihr fertig hier oben nähen. Na, schmeckt euch? Ja, ja. Lasst euch Zeit. Kein Problem. So, bitte schön. Die 20 Punkte möchte ich auch noch haben. Dankeschön. Sehr schön. Haben wir es. Es klappt doch eigentlich ganz gut. Also man kann es echt nicht einschätzen mit den Punkten. Und leider gibt es hier kein Easy Level für mich. Aber es klappt doch ganz gut. Besser als erwartet. Okay. Dann sehen wir einmal, ob wir das Geschlecht des Babys bestimmen können. Oh, was denkst du, was es ist, Em? Das werden wir jetzt rausfinden. Hm. Irgendwas scheint mit dem Ultraschallbild nicht zu stimmen. Einen Moment, bitte. Ich werde es kurz korrigieren. Okay. Passe den Schieber für ein deutliches Ultraschallbild an. Ach, nee, jetzt echt. Oh Gott, ey. Na also, schon besser. Och Gottchen, ey. Da waren nur zwei Cookies. Nun, herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Es ist ein Junge. Ach Gott, da wird Paige sich aber freuen. Also, Emily sieht immer aus, als wenn sie nur am Flennen wäre und ihr der Kajalstift runterläuft, oder? Die hat immer verschmierte Augen. Da bist du ja, Liebes. Wie war es bei der Ärztin? Oh, Opa, das Baby ist gesund und... Und... Es ist ein Junge. Ach, schon wieder verschmiert. Der läuft dauernd der Kajalstift runter. Das ist wundervoll, Liebes. Hast du das gehört, Emilia? Ein gesunder Junge. Es tut mir leid, Opa. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Wie geht es dir? Was hat der Arzt gesagt? Ist schon in Ordnung, Piccola. Mir geht es gut. Ach man, das ist furchtbar. Furchtbar. Ganz ehrlich. Ich denke gerade, das Allerschlimmste. Wirklich. So was wie Emilies Junge. Es wird jetzt ja auch noch ein Junge. Der Junge wird geboren und der Opa stirbt. Muss ich ja jetzt schon weinen, ey. Ihr Lieben, wir sind in Kapitel 2 angekommen, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei und bis dahin, eure Trön.